Es sollte das Ding überhaupt werden, der absolute Masterplan. Wir planen da so ein Ding. Gibt eine schicke Provision. Scheiß auf die Provision, hier. Lutsch da. Hast du dafür überhaupt einen Waffenschein? Irgendwie schon. Salvi. Bitte, Tee, Problem oder was? Ha? Eine Übergabe, ein korrupter Politiker und vermeintlich viel Geld im Spiel. Sie bleiben hier, ich mach das allein. Aber was sie vergessen hatten, waren seine Kontakte zur Unterwelt. Winter. So ein sehr langer Werden dieses Jahr. 15% werden für dich, wenn du uns hilfst. Was soll also noch schief gehen? Ach, zisch. Sag nicht auf meine Hände, du. Das riecht nach Ehrgeiz, Sie Killer. Wir alle sind heute hier, weil wir etwas ändern werden. Und die Betonung liegt auf Werden. Das ist eine Reihen-Raus-Aktion. Ein todsicheres Ding. Todsicher? Ist das denn scheiß Ernst? Hab ich mal Hunger? Vor der Ballerei. Die einzige Möglichkeit, um sich Gehör zu verschaffen, ist ein Schuss. Und den genau zwischen die Augen. Ja! Ja! Scheiße! Fuck! Komm sie her, Partner! Das wird einer Menge Leute nicht gefallen. Vor allen Dingen einem nicht. Los! Demnächst im Kino.